Nachdenkseiten Die kritische Website Denkfabrik SWP präsentiert drei Optionen für dauerhafte Sicherheit in der Ukraine, Demilitarisierung Russlands, Aufbau eines Atomwaffenarsenals oder NATO-Beitritt. Von Florian Warwick Die 1962 auf Initiative des Bundesnachrichtendienstes gegründete Denkfabrik Stiftung für Wissenschaft und Politik SWP, deren zentrale Aufgabe es ist, die Bundesregierung zu beraten, hat vor dem aktuellen NATO-Gipfel eine Analyse mit dem Titel »Dauerhafte Sicherheit für die Ukraine« vorgelegt. Die Autorinnen Claudia Major und Margarete Klein erklären in dem Dokument, »Drei Optionen können die Sicherheit der Ukraine maximal verlässlich und dauerhaft gewährleisten.« Die dann aufgeführten Optionen sind ein Offenbarungseid für den Geisteszustand des wichtigsten regierungsnahen Thinktanks der Bundesrepublik. Mit diesem Tweet zum »Israel-Modell für die Ukraine«, welches zu Beginn dieser Woche US-Präsident Biden ins Spiel gebracht hatte, machte Claudia Major ihres Zeichens Leiterin der Forschungsgruppe Sicherheitspolitik bei der SWP auf ihre Analyse aufmerksam. Twitter Zitat Das acht Seiten umfassende Analysepapier fängt schon im ersten Satz mit einer nicht belegten und bis heute auch nicht belegbaren Behauptung an, die da lautet, »Die erneute russische Invasion hat der Frage nach internationalen Sicherheitsgarantien für die Ukraine neue Dringlichkeit verliehen.« Die Nutzung von »Erneute russische Invasion« impliziert, es hätte bereits vor dem 24. Februar 2022 eine solche gegeben. Doch sowohl die Bundesregierung wie der Wissenschaftliche Dienst des Bundestages und sogar Veröffentlichungen der SWP selbst hatten diese Behauptung immer als nicht belegbar bezeichnet. So schreibt beispielsweise der Wissenschaftliche Dienst in einem Gutachten im Dezember 2019 zum Thema »Intervention in Bürgerkriegsgebieten zur Rolle Russlands im Ostukraine-Konflikt«, Zitat Der Territorialkonflikt weist klassische Züge eines nicht internationalen internen bewaffneten Konflikts auf. Über Umfang, Qualität und Ausmaß der militärischen Involvierung Russlands im Ukraine-Konflikt gibt es neben wenig belastbaren Fakten und Analysen vor allem zahlreiche Spekulationen, zum Teil widersprüchliche Berichte und Pressemeldungen, verschiedene Dementi, aber insgesamt kein eindeutiges Lagebild. Auch der Bundesregierung liegen nach eigenen Angaben offenbar keine belastbaren Erkenntnisse vor. Zitat Ende Im weiteren Verlauf wird dann vom Wissenschaftlichen Dienst des Bundestages auf ein SWP-Analysepapier von 2019 mit dem Titel »Der Donbass-Konflikt – widerstreitende Narrative und Interessen – schwieriger Friedensprozess« verwiesen. Zitat Eine aktuelle politikwissenschaftliche Analyse der Stiftung Wissenschaft und Politik, SWP, thematisiert unter anderem die fragile Faktenlage. Belastbare Informationen über die nicht von Kiew kontrollierten Teile der ukrainisch-russischen Grenze sind rar. Die OSZE-Mission hat, ungeachtet ihres umfassenden Mandats, nur eingeschränkten Zugang zu diesem Gebietsstreifen. Zitat Ende Diese faktisch nicht belegbare Einstiegsbehauptung steht dann auch sinnbildlich für den gesamten Charakter dieser Analyse. Spekulationen und Wunschdenken stört Analyse und Fakten. Im ersten Kapitel unter der Überschrift »Ukrainische und europäische Interessen« werden systematisch und jeder ernsthaften Analyse hohensprechend deutsche, europäische und ukrainische Interessen vermengt und erklärt, ukrainische Interessen entsprechen automatisch deutschen und EU-Interessen. Der als EU-Korrespondent in Brüssel tätige Journalist Eric Bonze hat die Widersprüche, Spekulationen und unzulängliche Argumentation in diesem Kapitel der SWP-Analyse umfassend in seinem Artikel »Wenn deutsche Experten die europäische Sicherheit aus Sicht der Ukraine definieren« aufgearbeitet. Wir widmen uns daher ausführlich dem darauf folgenden Kapitel, welches von Medien bisher weder aufgegriffen, geschweige denn kritisch durchleuchtet wurde und mit folgender Behauptung eingeleitet wird. Drei Optionen können die Sicherheit der Ukraine maximal verlässlich und dauerhaft gewährleisten. Dann werden diese drei Optionen näher vorgestellt. Die erste Option besteht in der Demilitarisierung Russlands. Dazu wäre eine Reduzierung der Streitkräfte und der Rüstungsindustrie auf ein Maß nötig, das Selbstverteidigung gestattet, aber keine Offensivoperationen. Flankiert werden müsste dies durch eine Demilitarisierung der strategischen Kultur. Diese verändert sich indes nur über langfristige Sozialisierungsprozesse oder externe Schocks. Für Letzteres wäre eine eindeutige Niederlage gegen die Ukraine notwendig. Aber selbst dann könnte sich die Ukraine nur bei einer gleichzeitigen Denuklearisierung des russischen Militärpotenzials sicher fühlen. Die zweite Option liegt darin, dass die Ukraine ihr Abschreckungspotenzial durch eine unilaterale Nuklearisierung stärkt, das heißt entweder ein Atomwaffenarsenal aufbaut oder mittels einer Ankündigung Druck erzeugt. Sollte die Ukraine diesen Weg wählen, würde sie sich dem israelischen Modell annähern, das auf starken Streitkräften, Atomwaffen und bilateralen Abkommen beruht. Als dritte Option die Einbindung der Ukraine in bi- und multilaterale Systeme kollektiver Verteidigung. Die abschreckende Wirkung gegenüber Moskau ließe sich am effektivsten durch eine NATO-Mitgliedschaft der Ukraine erzielen. Diese hinter diesen Darlegungen stehende analytische Bankrotterklärung muss man sich noch einmal vor Augen führen. Die Denkfabrik, welche als zentrale Aufgabe hat, die Bundesregierung zu beraten und von sich selbst behauptet, sie unterscheide sich von anderen Thinktanks durch ihre Wissenschaftlichkeit, die wir konsequent multiperspektivisch betreiben, behauptet allen Ernstes, es gäbe lediglich diese drei genannten Optionen, die die Sicherheit der Ukraine sicherstellen würden. Dabei werden alle drei Optionen ausschließlich aus der Sicht der Ukraine formuliert und ignorieren nicht nur komplett die artikulierten Sicherheitsinteressen der zweiten Partei in diesem Konflikt, sondern sind auch noch so formuliert, dass scheinbar das höchstmögliche Provokationspotenzial gegenüber Russland ausgespielt werden soll, egal ob dies Demilitarisierung, Renuklearisierung oder NATO-Beitritt betrifft. Die SVP-Autorinnen argumentieren dann, dass die Option des NATO-Beitritts die empfehlenswerteste und am einfachsten umzusetzende sei. Demilitarisierung wird als zurzeit unrealistisch in der Priorisierung erstmal zurückgestellt, nur um dann auf Seite 7 wieder als aktuell umzusetzende Strategie propagiert zu werden. Ebenso die Renuklearisierung, die nicht wünschenswert sei, da sie die europäische Sicherheitsordnung und das globale Nichtverbreitungsregime schwer belasten würde. Doch selbst diese Einschränkung wird wieder relativiert, indem auf derselben Seite erklärt wird, dass ohne NATO-Beitritt dies sehr wohl eine Option wäre. Zitat Die SVP bedient sich hier eines alten rhetorischen Taschenspielertricks. Man bringt drei Vorschläge ein, von denen zwei so absurd anmuten, dass dann der dritte als das einzige vernünftige und alternativlose Vorgehen erscheint. Das Kapitel wird mantraartig abgeschlossen mit einer Variation der Eingangsbehauptung. Zitat Alle Optionen außerhalb dieser drei bieten einen geringeren Schutz. Zitat Ende Man fragt sich, was so ein Vorgehen mit multiperspektivischer, auf Wissenschaftlichkeit beruhender und vor allem zu mehr Sicherheit führender Politikberatung zu tun haben soll. Dieselbe Frage stellt sich auch in Bezug auf die diplomatischen Initiativen zur Lösung des Konflikts, die bisher von China, der Afrikanischen Union, der Türkei sowie lateinamerikanischen Ländern wie Mexiko und Brasilien ausgingen und die mit keiner Silbe in dem SVP Papier Erwähnung finden. Da die Beratung von Bundestag und Bundesregierung im Zentrum steht, behandeln wir Probleme und Fragestellungen, die für diese Akteure relevant sind oder sein sollten. Ziel ist es, Expertise aus der SVP in Urteilsbildung und Entscheidungsprozesse der Akteure einzuspeisen. Heißt es in der Selbstdarstellung der Denkfabrik. Zumindest diese Analyse und Politikempfehlung der SVP scheitert an diesem Eigenanspruch spektakulär. Denn im vorliegenden Fall handelt es sich mitnichten um einen Beitrag, der müht ist, unvoreingenommen mittels eines dialektischen und multiperspektivischen Ansatzes einen Beitrag zur umfassenden Urteilsbildung von politischen Entscheidungsträgern zu leisten, sondern um den recht plumpen Versuch der Meinungsmache. Apropos Meinungsmache. Wirklich wird die Katze und wohl Intention des Ganzen aber erst am Schluss aus dem propagandistischen Sack gelassen. In der die Analyse abschließenden Handlungsempfehlungen an die Adressaten in Bundesregierung und Bundestag heißt es, Zitat Ende. Acht Seiten Spekulation und Meinungsmache kulmulieren in der Aufforderung, gegen zivilgesellschaftliche Gruppierungen vorzugehen, wenn diese nicht dem von der SVP propagierten Meinungsbild entsprechen. Mit de facto wurde wohl in diesem Zusammenhang bewusst eine so butterweiche Formulierung gewählt, dass man sich lieber gar nicht vorstellen will, gegen was für eine Breite an Gruppen, Organisationen und Medien da gewisse Forschungsleiter in der SVP vorgehen wollen. Denn dem Vorwurf vom Kreml kontrolliert zu sein, muss sich in diesem Land so ziemlich jeder de facto aussetzen, der sich auch nur für das Primat der Diplomatie gegenüber dem eines militärischen Sieges ausspricht. Der in der SVP Handlungsempfehlung propagierte de facto statt de jure Ansatz würde in seiner Umsetzung willkürlichen Maßnahmen Tür und Tor öffnen. In gewisser Weise erinnert diese Empfehlung an die von Bundesinnenministerin Nancy Faeser SPD im Dezember 2022 vorgeschlagene Umkehr der Beweislast. Vielleicht war das ja auch damals schon ein Produkt einer SVP-Beratung? Zum Abschluss noch eine vielsagende Gegenüberstellung der Gründungsgeschichte der SVP. Bei der Denkfabrik selbst heißt es dazu lapidar. Die SVP wurde auf private Initiative im Jahre 1962 als rechtsfähige Stiftung Bürgerlichen Rechts in München gegründet. Bei Wikipedia klingt das mit auf privater Initiative etwas anders und wird mit Verweis auf das wissenschaftliche Standardwerk von Albrecht Zunker zur Geschichte der SVP, Stiftung Wissenschaft und Politik, SVP, Entwicklungsgeschichte einer Institution politikbezogener Forschung so beschrieben. Die Gründung der SVP geht auf eine Initiative des Bundesnachrichtendienstes BND zurück. Klaus Ritter war während der NS-Diktatur Mitglied des militärischen Nachrichtendienstes Fremde Heere Ost und nach dem Krieg Gründungsmitglied der Organisation Gehlen, aus der der BND hervorging. Ritter war 1959 zu einer Studienreise durch die USA abgestellt und lernte dort die Arbeit von Thinktanks kennen. Außerdem wurde er von US-Außenpolitikern wie Henry Kissinger darauf angesprochen, dass es in Deutschland keine inoffiziellen Stellen gäbe, bei denen man Gesprächspartner im voroffiziellen Raum finden könne, also in jenem Vorfeld offizieller Politik, in dem internationale politische Probleme nicht nur frei erörtert, sondern oft im Austausch von Positionen und Sichtweisen vorformuliert, mit Begriffen belegt und so auch in ihrem Kerngehalt abgegrenzt werden. Ritter glaubte, dass eine solche Einrichtung nur außerhalb der militärischen Hierarchie funktionieren könne, sodass er in enger Abstimmung mit dem Bundesnachrichtendienst die Arbeitsgemeinschaft Wissenschaft und Politik AWP ins Leben rief, in der er Vertreter von Wirtschaft und Wissenschaft zusammenbrachte. Zitat Ende. Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, Soundcloud und YouTube hören und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte.